Okay, wir beweisen mal folgende Aussage. Für alle A, B, C aus den ganzen Zahlen gilt, der GGT von A mal C und B mal C ist das gleiche wie C mal der GGT von A und B. Also, anders gesagt, wenn ich den GGT von zwei Zahlen habe und an den GGT eine weitere Zahl heran multipliziere, dann kann ich diese Zahl auch zuerst an A und C heran multiplizieren. Oder umgedreht, wenn ich zwei Zahlen habe, ich bilde eine GGT von zwei Zahlen, in denen dasselbe C als Faktor mit drinsteckt, dann kann ich das C auch erstmal rausziehen und den GGT dann von den übrigen Teilen, von den übrigen beiden Faktoren bestimmen. Das kann man auf ganz unterschiedliche Arten beweisen. Wie so immer gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was zu beweisen. Ich wähle mal eine über die Primfaktorzerlegung. Wir haben hier mit drei Zahlen zu tun. Und sagen wir mal, A hat folgende Primfaktorzerlegung, also P aus den Primzahlen, P hoch Kp, B hat die Primfaktorzerlegung, P hoch Lp, also das Produkt aus den ganzen Primfaktoren mit den entsprechenden Exponenten dabei, und C hat natürlich auch eine Primfaktorzerlegung. Nehmen wir mal Mp. Also jede dieser drei Zahlen hat eine eigene Primfaktorzerlegung. Gut. Jetzt wissen wir auch, auf der linken Seite haben wir A mal C und B mal C. Wenn wir A mal C bilden, dann ist das das Gleiche, wie wenn ich hier die beiden Primfaktorzerlegungen miteinander multipliziere. Von A und C. Und das heißt, ich kann aber jeweils, weil das ja ein Produkt ist, Produkt von Produkten, ja, ich kann das Kommutativgesetz anwenden, ich darf die ganzen Teile durchtauschen. Und aufgrund der Potenzgesetze wissen wir, wenn wir zwei Primzahlen miteinander, oder zwei Zahlen miteinander multiplizieren, oder zwei Potenzen miteinander multiplizieren, mit derselben Basis, dann können wir die Exponenten addieren. Das ist also das Gleiche, wie, wenn ich das hier zusammengefasst hinschreibe, ne, Moment, das muss weg, so, p hoch kp plus mp. Ich kann zu jeder Primzahl die dazugehörigen Exponenten der Primfaktorzerlegung in A und C addieren. Das Gleiche auch für B und C, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt hinschreiben. Das bedeutet aber, also gut, komm, b mal C ist gleich, was ist bei B hier der Exponent LP, so, und auch hier können wir die jeweils zueinander zugehörigen Exponenten addieren. So. Gut. Was müssen wir jetzt zeigen? Wir müssen zeigen, dass diese Seite gleich dieser hier ist. Was wir auch noch wissen ist, oder ne, fangen wir mal an. Wir müssen also hier die Gleichheit von zwei Seiten zeigen, und das können wir auch wieder so machen, wie wir es immer machen, oder oft machen, dass wir versuchen, auf der einen Seite anzufangen und auf der anderen rauszukommen. Wir können vielleicht auch die Rückwärtsstrategie anwenden, müssen wir mal sehen. So. Der GGT von A mal C und B mal C ist der GGT von diesen beiden Primfaktorzerlegungen hier. Ich schreibe es nochmal ausführlich hin. wieder verschrieben. So. Kp plus mp haben wir hier im Exponenten stehen. Oh, ich habe die Primzahl vergessen. Moment. mehr Konzentration hier. So. P hoch Kp plus mp und die Primfaktorzerlegung von B mal C. Das war P hoch Lp plus mp. So. Okay. Jetzt wissen wir, der GGT wird gebildet von zwei Zahlen. Wenn deren Primfaktorzerlegung vorliegt, können wir den GGT bilden, indem wir jeweils, wenn wir eine bestimmte Primzahl betrachten, den kleineren von beiden Exponenten nehmen. weil dieser jeweils in der anderen Primzahlpotenz auch enthalten ist. Wir wissen, der GGT von zwei Zahlen ist, wenn deren Primfaktorzerlegung gegeben sind, gerade die folgende Zahl. Man nimmt zu jeder Primzahl den kleineren der beiden Exponenten. In dem Fall das kleinere von Kp plus mp und Lp plus mp. So. Jetzt wissen wir nicht so genau, wie es weitergeht vielleicht. Gucken wir mal. Machen wir mal. Gehen wir von rechts vor. Rechts steht C mal GGT ab. Wenn wir weiter hier unten entschreiben, ist gleich C mal GGT von a und b. Und jetzt wissen wir ja, ja, hier haben wir nur noch diese Primfaktorzerlegungserstellung, die machen wir unten vielleicht auch mal. Also werden wir mal C, a und b los. Was war nochmal C? Das war p hoch, weiß ich gerade nicht mehr, mp, genau. Jetzt multiplizieren wir daran den GGT von a und b. Der GGT von a und b ist, wenn die Primfaktorzerlegungen gegeben sind, das Produkt der Primzahlen mit dem jeweils kleineren Exponenten. Also p hoch, min, jetzt muss ich von a und b die Exponenten betrachten, a und b von k, p und lp, Gott das kleinere von k, p und lp. So. Wir müssen jetzt irgendwie die Brücke schaffen von der einen auf die andere Seite. Und vielleicht sieht man jetzt hier, wir haben hier nur ein Produktzeichen, hier haben wir zwei Produktzeichen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir hier auch ein Produktzeichen raus machen und dann müsste sich ja alles oben im Exponenten abspielen. Oh, jetzt habe ich mich hier vertippt ein bisschen. Wir multiplizieren wieder, das heißt, in den Exponenten können wir addieren. Da steht also hier mp plus min kp lp. lp. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier gleich dem hier. Und die Frage muss man einfach mit ja beantworten. Wenn ich von zwei Zahlen, kp und lp, die kleinere nehme und mp dazu addiere, dann kann ich auch erst mp zu den beiden Zahlen dazu addieren, jeweils, und dann das kleinere von beiden nehmen. Da kommt das Gleiche raus. Das heißt, da diese beiden Ausdrücke gleich sind, sind natürlich auch diese beiden Ausdrücke hier gleich. Insofern haben wir die Gleichheit gezeigt. Das ist nicht so schön. Ich gehe jetzt ab. Das ist nicht so schön. Ich gehe auf dassteh das Ganze aus. Vielen Dank.